Nach der Kanada-Serie von Janet Oak. Unter der Regie von Michael Landon Jr. Ich bin Elizabeth Thatcher, die neue Lehrerin. Die Jungs hier in Colwelly handeln mit allem Möglichen. Du musst erwachsen werden und stark sein. Sie brauchen Arbeiter und wir brauchen Häuser für unsere Kinder. Ich gehöre hierher. Guten Morgen. Und ich glaube, ich kann hier was bewirken. Wo denken Sie, dass Sie in fünf Jahren sind? Ich hoffe, dass ich noch hier bin. Ich denke, es gibt für jede Angst einen Grund. Und auch für jedes Elend. Wie ich es mir dachte, Sie haben einen Grund zur Eifersucht. Ist es das, was die Leute sagen? Und wahrscheinlich haben Sie recht. Ich bin noch nicht lange in Colwelly, aber diese Stadt hat mich verändert. Lori Loughlin, Daniel Lissing und Aaron Krakow. Die Colwelly-Saga. Die Colwelly-Saga. Vielen Dank.